Liebe alle Gute! Merci, dass ihr Astrid Luling TV um den Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridluling.lu gezien und lauschen. Heute melde ich mich bei euch mit meinem 100. Videoclub. Als Europadeputierten muss ich nicht mehr an der Pointe des Progres sein. Für ihn als langjährige Politiker seit 1965 in der Lützebäuer Schamber am Europaparlament vor zweieinhalb Jahren, am Juni 2006, decide ich die neue Technologie vom Videoblock zu benutzen führe ich regelmäßig alle Woche über die Aktualität und über die Menge Erbnis am Europaparlament zu informieren. Als ALNUS mit viel Erfahrung weiß ich, dass das wichtig ist und nicht. Das besonders, weil leider weder an der geschriebenen Presse, auch schon gut an den Lützebäuer Medien, wie Radio und Television, so viel Zeit aufgewandt wird, für euch wirklich konkret und richtig zu informieren, über das, was das Europäische Parlament decidiert, und was natürlich auf Erdlewen direkt der Auffluss gehört. Natürlich, als du niemals zu entscheiden, ob die Videoclippen gucken wollt, weil, ja, aber nicht iedereen, besonders nicht die hele Generationen dauernd auf den Computer gehen, für meine Videoclippen zu gucken, losse ich das seit Oktober 2006 über den Dock, den öppnen Kanal, Loh 7Ds an der Woche senden. Das ist formidabel, dass es so eine Mischlichkeit zu Lützebüch gibt. Jeder kann also zu den verschiedensten Zeiten, die an allen Televisionsprogrammen notzulesen sind, sich tagtäglich informieren und decidieren, wen ich, was freundlich an mich gucken kann. Jawohl. Einen von den Schwerpunkten von meiner Erbnis am Europäischem Parlament und dass das die Banne macht. Besonders, was die Finanzdienstleistungen an Steuern angeht. Ich habe den Räneren vergesprochen, dass da ein Brief, nach wenigstens bis 2013, von einem Briefdreher, an die von der ersten Dinger Firma, an der Bord daheimkriegt. Ich habe mich mit der Follisch angesagt für Reduceert TVA-Satz auf die Lebensmittel und auch noch auf die Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Quafferen. Ich habe noch ein Follischreich mitgeholfen, dass man nach immer null Akzisen um Wein haben, an dass die Akzisen um diesen und um den Bensinn-Mindestsatz von denen nicht so europäisch gesetzt werden, wie das in Bresel geplant war. Die Fiskalität der Lepang, als in der ersten Dossier, mit dem man einen Moment auseinandersetzen an der Kommission Ökonomik und Monetär, vom Europäischen Parlament, an der ich voll Mitglied sind, an der Wohnreise aber besonders, gegen ganz riesige Attacken an innerstellungen verdäht. Ich kümmere mich auch intensiv, seit ich gewählt bin 1965, so gut am nationalen, und auch am besonderes Europäischen Parlament, um die gemeinsame Agrarpolitik, was als Bauern, als Wünsern, als Bayern-Zichter wissen, wie ich seit wie gesagt über 30 Jahren besonderes Europäisches Parlament hier Interessen verdäht. Die Fragen zuletzt, die sich für ihre Rechte an ihre Chancen an unserer Gesellschaft, an unserer Wirtschaft interessieren, die wissen, was gerade die Europäische Gleichbehandlung als Chancengleichheitspolitik für sie recht tut, eine Politik, und die ich seit 60 Jahren eng mitmische. Ich gehöre zu den Pionieren der Politikern, die wie gesagt die neue Medien benutzen. Trotz meinem Alter kann ich mir also nicht vorwerfen, dass ich mich nicht im Stand für mit den neuen Technologien mitzuhalten, das ist ja übrigens in so einer Politik für die Oraner werde so, dass die Erfahrung in der Natur auch kein Handicap ist. Dass ich nur besonders um den Kanal so viel imitiert bin, dass eine Oraner dessen Möglichkeiten entdeckt und das ist eigentlich für mich ein Kompliment. Sicher geht es doch schon los. dass ich mit allen Kommentaren über die Sendung melde, die sich dort so hier reißen lassen, dass das menschlich, das trägt mich nicht außergewöhnlich ab. Weil, wisst ihr, ich behält sich in das, was die Botschaft als Schamberpräsident und für mich verabschiedet wurde, 1905 als erstes gesagt wurde, so hat Astrid an der Politik musste immer machen, dass von der Geschwärter geht. Das ist egal, ob sie das glauben oder ob sie das bescheißen, hat sie gesagt, was sie nicht mehr von der Schwärzen da passt sie nicht mehr da. Ich will noch weiter dazu beherzigen, das gesund, so nicht ihr Schmerz, dass ihr nur geläustert habt. Ich wünsche euch noch eine froh, glücklich, nach dem Jahr 2009. Es geht ein ganz interessantes Jahr für euch und für mich und ich werde dafür suchen, dass ich euch weiter über mein Erbe ist an Europa, umlaufenden Hallen hier auf diesem Videoblog und im Umdog-Kanal. Au revoir, merci.